Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es endlich mal wieder eine 5 Minuten Raw Challenge. Viel Spaß damit. Wer mit dem Begriff 5 Minuten Raw Challenge noch nichts anfangen kann, weil er doch noch relativ neu auf diesem Kanal ist, der sollte sich unbedingt mal in der Playlist die letzten Folgen anschauen. Es geht darum, dass ihr mir Raw Bilder schickt und ich dafür 5 Minuten Zeit habe, diese zu bearbeiten, so gut es irgendwie geht. Ohne, dass ich sie natürlich vorher gesehen habe. Und ich fange jetzt hier direkt mit dem ersten Bild an. Das hat mir der Nico zugesendet. Vielen Dank dafür. An dieser Stelle ein wirklich sehr schönes Landschaftsbild. Und ich probiere mal, da noch ein bisschen was herauszuholen. Also fangen wir an. Ich habe 5 Minuten Zeit. Ab jetzt. So, wenn ich jetzt dieses Bild mir mal anschaue, dann ist es ja doch noch ein bisschen flau. Und hier will ich dann natürlich erstmal probieren, ein paar Details zu gewinnen, indem ich hier die Tiefen etwas nach oben ziehe und gleichzeitig auch die Lichter etwas abdunke. Und dann möchte ich aber natürlich wieder Kontrast aufbauen, indem ich hier den Weißwert hochdrehe. Das muss ich hier an der Stelle aber ziemlich viel machen. Jetzt gucke ich doch nochmal, ohne dass ich die Alt-Taste drücke, dass das hier nicht zu viel ist. Und genauso gut werde ich jetzt hier noch die Schwarzwerte ein bisschen abdunkeln, wobei wir hier schon einen sehr guten Schwarzwert haben, wenn man sich das Histogramm mal anguckt. Dann werde ich insgesamt noch ein bisschen Kontrast reinbauen, um das Histogramm hier noch ein bisschen weiter auseinander zu ziehen. Auch das gefällt mir so schon ganz gut. Und ich glaube, dass ich insgesamt hier den Weißabgleich noch ein bisschen mehr ins Gelbliche ziehe, also in den wärmeren Ton, einfach um hier noch so ein bisschen mehr diese Sonnenuntergangsstimmung zu erzeugen. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon Sonnenuntergang war. Die Schatten sind schon relativ tief hier. Ich denke mal, dass es zumindest Richtung Sonnenuntergang ging. Aber genau kann ich das natürlich nicht sagen. Ein bisschen Tönung gebe ich hier auch noch rein, ein bisschen Magenta. Und ich denke mal, so gefällt mir das schon ganz gut. Ein bisschen Dynamik werde ich noch reingeben und dafür ein bisschen die Sättigung rausnehmen, aber wirklich nur so ein bisschen. Und ich glaube, dass ich auch noch einen Verlaufsfilter hier einbaue, um den Himmel noch so ein bisschen abzudunkeln. Denn der ist mir doch noch ein bisschen zu hell. Die Sättigung nehmen wir natürlich nicht raus, sondern nur die Belichtung, die geht ein bisschen nach unten. Ja, ich denke mal so 0,6 ungefähr sieht schon ganz gut aus. Perfekt. So, dann drücke ich hier wieder auf Fertig. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen Klarheit insgesamt noch ins Bild packen. Ich glaube, hier passt es ganz gut mit diesen ganzen Texturen in den Steinen und so drin. Wenn man die noch ein bisschen betont, glaube ich, sieht ganz cool aus. Und dann werde ich hier auch mit der Gradationskurve noch so ein bisschen Kontrast aufbauen. Also ich werde hier so ein bisschen die Tiefen noch abdunkeln und die Lichter wieder ein bisschen aufhellen. Also so eine kleine S-Kurve hier reinbauen. Man muss natürlich gucken, dass man das nicht zu krass macht. Also wenn man zu viel Kontrast reinbaut, dann sieht es wieder nicht so gut aus. Ich werde jetzt hier auch die Schwarzwerte noch so ein bisschen anheben. So gefällt mir das eigentlich schon relativ gut. Die Tiefen werde ich noch ein bisschen weiter aufhellen. Das ist jetzt hier so ein Try-and-Error-Spiel. Einfach wie es gut aussieht. Und dementsprechend hier werde ich das Ganze noch so ein bisschen probieren. Ich glaube, die Schwarzwerte lasse ich mal komplett bei 0. Dann gehe ich jetzt hier noch weiter runter. Und ich glaube, dass ich auch so ein bisschen mit der Teiltonung hier mal spielen werde. Das heißt, ich werde jetzt hier mal die Lichter noch so ein bisschen einfärben ins Orangene. Einfach um hier auch noch so ein bisschen Tönung mit ins Bild zu geben. Und die Schatten werde ich hier so ein bisschen bläulich einfärben. Das ist ja so dieser typische Look, den man gerne mal so ein Bild verpasst. Und ich glaube, dass es hier auch ganz cool aussieht eigentlich. So, dann werde ich natürlich das ganze Bild noch schärfen. Hier mit meinem Standardwert von 80. Und das Ganze mit gedrückter Alt-Taste dann auch wieder ausmaskieren. Das ist auch ganz wichtig, damit hier nicht das gesamte Bild so eine gewisse Körnung bekommt. Sondern wirklich nur die Kanten geschärft werden. Profilkorrekturen werde ich aktivieren. Chromatische Aperationen entfernen. Wobei die Profilkorrekturen hier an dieser Stelle gar nichts bringen. Ich weiß nicht, mit welchem Objektiv hier fotografiert wurde. Aber offensichtlich erkennt er das noch nicht. So eine kleine Vignette werde ich noch einfügen. Aber es darf natürlich auch nicht zu dunkel werden. Vielleicht werde ich jetzt insgesamt das Bild noch ein bisschen heller machen. Ja, so 0,3 nach oben funktioniert auf jeden Fall noch. Dann möchte ich noch so ein paar Lichtspots einbauen. Das, denke ich mal, sieht noch ganz cool aus, wenn wir hier einfach so ein bisschen noch das Ganze vom Licht her ein bisschen anders gestalten. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal so ungefähr eine Blende nehmen. Und dann hier einfach mal anfangen, so ein paar Spots noch in das Bild zu setzen. Das Ganze werde ich jetzt hier duplizieren. Und auch noch hier rüber so ein bisschen. Und vielleicht hier unten auch nochmal ein. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze dann wirkt. Aber einfach, um das ganze Bild noch so ein bisschen interessanter zu machen, mache ich hier einfach noch so ein paar Lichteffekte rein. Auch hier in den Bäumen, da sieht es auch ganz cool aus, wenn da einfach die Sonne dann noch so ein bisschen hinstrahlt. Und vielleicht auch hier hinten noch ein bisschen kleiner machen hier. Wichtig ist immer, dass man hier auch ein bisschen die Größe dann von dem Radialfilter anpasst, damit das Ganze dann auch wirklich nur da ist, wo man es gerne hätte. Gefällt mir so schon ganz gut. Dann werde ich jetzt hier nochmal den Pinsel nehmen. Und ich glaube, erstmal setze ich das Ganze zurück. Und dann werde ich hier noch so ein bisschen Dunst wieder in das Bild reinmalen. Nehme ich hier so ein bisschen Fluss und Dichte, nehme ich so ein bisschen runter. Und dann hier so in der Entfernung kann man hier einfach noch so ein bisschen, ja, um das Ganze noch so ein bisschen 3D-mäßiger wirken zu lassen, male ich hier einfach noch so ein bisschen Dunst rein. Man muss aber auch echt aufpassen, dass man das hier nicht übertreibt. Also gerade jetzt hier, wenn man das dann ein bisschen ausfaden lassen möchte, dann nochmal den Fluss und die Dichte nochmal ein bisschen weiter runternehmen. Und ich sehe gerade, ich habe nur noch 9 Sekunden. Das heißt, an dieser Stelle muss ich dann jetzt hier auch aufhören. Aber ich denke mal, so haben wir schon ganz gut was gewonnen. Jetzt ist die Zeit um. Ich mache jetzt hier nochmal kurz eine Vorher-Nachher-Ansicht. So sah das Bild vorher aus und so jetzt nach diesen 5 Minuten Bearbeitung. Ich denke mal, wir haben schon eine ganze Menge noch rausholen können. Wenn man noch ein bisschen mehr Zerhalt hat, dann kann man hier noch ein bisschen mehr in die Details gehen. Wenn ich jetzt hier so sehe, da ist mir der Dunst-Entfernregler doch ein bisschen zu stark dann ausgerutscht. Beziehungsweise das Dunst hinzufügen wieder ist dann doch hier ein bisschen stark geworden. Das könnte man jetzt dann noch, wenn man ein bisschen mehr Zeit dann hätte, noch ein bisschen korrigieren. Aber ich denke mal, du hast eine Idee bekommen, in welche Richtung ich dein Bild bearbeiten würde, lieber Nico. Und ich danke dir für das Einsenden. So, dann gucken wir mal weiter auf Bild Nummer 2. Das hat der Martin uns gesendet. Und ich habe da auch schon eine sehr gute Idee, in welche Richtung das gehen würde. Also das schreit ja hier quasi nach Color Key eigentlich. Und schauen wir einfach mal, was da bei rumkommt. Ich werde jetzt hier wieder meinen Timer setzen auf 5 Minuten. Und ich würde sagen, los geht's. So, als erstes mal fällt mir auf, dass auch dieses Bild sehr flau ist insgesamt. Also da können wir eine ganze Menge Kontrast aufbauen. Und das ganze Bild ist auch sehr, sehr dunkel. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal die Belichtung ein bisschen nach oben ziehen. Ich denke mal, so eine gute Blende ist schon ganz cool. Dann werde ich jetzt die Tiefen noch ein bisschen aufhellen. Und die Lichter werde ich diesmal nicht abdunkeln, sondern auch aufhellen. Einfach, um hier schon so ein bisschen Kontrast aufzubauen. Genauso wie ich dann die Weißwerte hier noch weiter nach oben ziehe, mache ich jetzt diesmal auch wirklich ohne gedrückte Alt-Taste. Weil ich hier direkt sehen möchte, wie der Kontrast aussieht. Und es bei diesem Bild gar nicht so sehr um dieses Technische geht. Von wegen, dass ich jetzt einen perfekten Weiß- oder Schwarzpunkt setze. Sondern es geht wirklich mehr darum, wie es im Endeffekt wirklich aussieht. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Ich denke mal, dass ich auch insgesamt wirklich noch mehr aufhellen kann. Fast zwei blenden hier sogar. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass der Weißwert nicht zu weit nach oben geht. Aber so kann man das, denke ich mal, schon lassen. Den Schwarzwert kann man natürlich noch ein bisschen weiter nach unten ziehen jetzt. Damit das Ganze ein bisschen ausgeglichener ist. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Dann werde ich noch ein bisschen Klarheit hier mit einbauen. Das ist auch ganz cool. Und dann werde ich hier mit dem Color Key schon mal anfangen. Und ich werde jetzt hier einfach mal alles entsättigen, was nicht mit Rot zu tun hat. Dementsprechend ist dieses Color Key hier relativ einfach zu erstellen. Sieht jetzt schon ganz gut aus. Wir haben jetzt hier hinten im Hintergrund noch so ein paar Flächen, die noch Rot sind. Und dafür nehme ich jetzt einfach den Pinsel und stelle den erstmal wieder zurück und sage dann, dass ich hier die Sättigung auf minus 100 setze. Pack dann meinen Fluss und meine Dichte auf 100 und kann dann ganz easy hier einfach diese Bereiche des Bildes noch hier ausmalen. Und dementsprechend haben wir dann hier auch da wirklich keine Sättigung mehr im Bild drin. Das dauert jetzt hier ganz kurz. Einmal über alles rüber gehen. Ja, so sieht das doch schon ganz gut aus. Perfekt. Hier oben ist auch noch so ein bisschen leichte Tönung in den Rottönen drin. Und so haben wir jetzt hier schon ein sehr, sehr gutes Color Key. Wenn ich hier fertig bin, drücke ich auch auf Fertig. Dann kann ich jetzt hier mal noch weiter nach unten gehen. Ich werde das Bild auf jeden Fall auch wieder schärfen und natürlich mit gedrückter Alt-Taste auch wieder ausmaskieren, damit wir hier wirklich nur die Kanten geschärft haben. Super. Profilkorrektur werde ich aktivieren und chromatische Aberration entfernen. Auch das wirkt hier diesmal nicht. Ihr habt alle so komische Objektive offensichtlich. Nein, Spaß. Ich werde jetzt hier den Dunst entfernen noch so ein bisschen reingeben, einfach um auch hier nochmal ein bisschen Kontrast aufzubauen. Und dann werde ich das ganze Bild mal noch zuschneiden. Das habe ich hier im letzten Bild übrigens auch nicht gemacht, aber da hätte man das auch noch machen können. Ich glaube, das war, ist auch so ein bisschen gekippt das ganze Bild und dementsprechend hätte man das da auch noch machen können. Aber ich will das jetzt hier mal noch so ein bisschen näher heranbringen, um einfach hier so ein bisschen mehr in die Details zu gehen. Und darauf achte ich dann auch so ein bisschen, dass der Ausschnitt so gewählt ist, dass wir hier quasi das Ganze so ein bisschen mit der 3- oder 1-Drittel-Regel hier betrachten. Dass wir das Ganze hier so ein bisschen auf die 1-Drittel-Linie legen. So gefällt mir das schon ganz gut. Mir gefällt auch gut, dass der Ast jetzt hier noch so komplett drauf ist, dass der nicht abgeschnitten ist. Also alles, was jetzt hier im Fokus quasi ist, ist noch mit auf dem Bild drauf. Eine kleine Vignette können wir noch um das Bild herum geben. Ja, sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und jetzt können wir hier unten nochmal in die Primärwerte reingehen von Rot, Grün und Blau. Und gerade in dem Rotwert können wir wahrscheinlich die Farbigkeit hier noch so ein bisschen verändern. Und ja, vielleicht gehe ich hier so auf plus 10 ungefähr, damit wir hier das Rot einfach noch ein bisschen verändern. Wir können jetzt auch insgesamt die Sättigung noch so ein bisschen erhöhen. Würde ich aber auch nicht übertreiben. Aber so ein bisschen kann man hier noch mit dazugehen. Ich sage mal so plus 10 ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Dann können wir mal gucken, was passiert, wenn wir hier noch die Blauwerte und die Grünwerte verändern. Denn auch das wirkt sich offenbar auf die Rotwerte hier so ein bisschen mit aus. Oder beziehungsweise die Farbigkeit wird hier dann noch so ein bisschen verändert. Aber ich denke mal, dass wir das hier an der Stelle so lassen können. Ja, viel mehr würde ich an diesem Bild gar nicht machen, ehrlich gesagt. Ähm, da das so schon ganz gut aussieht. Die Zeit ist zwar noch gar nicht wirklich abgelaufen jetzt, aber ich will es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ähm, ich würde das Bild jetzt tatsächlich so lassen. Es würde mich natürlich interessieren, jeder hatte ja da auch einen anderen Geschmack, jeder hat eine andere Meinung. Ihr könnt ja auch unten gerne mal in die Kommentare posten, was ihr an diesem Bild noch machen würdet. Oder auch bei dem letzten Bild. Da freue ich mich immer auf Diskussion. Ich sage jetzt hier erstmal Stopp an der Stelle. Und, ähm, ja. Danke auch an Martin für das Bild, fürs Einsenden, ähm, das du hier mitgemacht hast. Ich freue mich immer, wenn ihr mir Bilder einsendet. Das könnt ihr auch unten nochmal tun. Da gibt es einen Link zu meiner E-Mail-Adresse. Da könnt ihr über Retransfer einfach mir eure RAW-Dateien zusenden. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.